Hallo Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Batman Arkham Asylum Hier im Gewächtshaus geht's auch frisch und flott weiter Natürlich wieder mal mit den passenden Gegnern Wie immer halb So erstmal den hier Russ werden uns hier rauf Na mach mal Batman So Ihr habt den Bosch gehört Achso, das hab ich gar nicht gehört Ich dachte, das wäre gar nicht da Ähm Der da unten stört Tada Hey, geh von mir runter Tschüss So Gut, soweit zu dem Oh nein Ich will wieder rauf Yay Den ganzen Raum Sobald einer unten ist, mach ich den auch noch fertig Mist, jetzt kommen alle drei Verdammt Ähm Nein, ich glaub, das werden die nicht schaffen Aber ich geb dir mal ne Chance Vielleicht finden sie mich ja Ich habe keine Angst vor dir, Batman Ach nee Sieht man dir ja überhaupt nicht an Gut Die kommen direkt nach Verdammt Den letzten in der Reihe Nee Die sind viel zu nah aneinander dran Das klappt so nicht Die brauchen etwas Abstand Sonst klappt das nicht Bei zwei Gegnern weiß ich schon wie agieren Aber hier wird es ein bisschen knifflig Ich mein, die knallen jetzt pausenlos Die laufen schön in Grüppchen Die feigen Die Bärsche Genau auf sowas habe ich gehofft Dass der eine Blödes und alleine losgeht Dann haben sie nämlich Sowas von keine Chance Toll, super Blickwinkel Dankeschön So Komm runter Und Ja Was machst du da? Tschüss, Droppel So Spuren entfernen Österwasserspeier Sie sind auch So Mist Ich wollte eigentlich was anderes machen Ich würde gerne meinen Fans für ihre unsterbliche Unterstützung danken Und den Menschen von Gotham, die ich sehr, sehr bald sehen werde Ja, schon gut Ja, wir haben es ja verstanden Mein Gott Du wirst die Welt übernehmen Oh mein Gott, wie schlimm Ich werde dich sowas von vorher aufhalten So 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 Gehen wir mal hier Ich Ich kann es nicht mal hören Oh mein Gott Geht mal rauf nachgucken Ich wollte eigentlich den Baiterang werfen Und dann Ähm Ist das mit dem umgekehrten Ausschalten passiert Das war ein bisschen Blöd Aber naja Ja Du verschwindest bitte jetzt auch Äh Vor ich dich noch nehme Oh, jetzt lauf schon los Dankeschön, Droppel Was machst du da? Oh mein Gott, was machst du da? Du Arschloch So Soweit zu euch So Wie machen wir das denn? Ab drei Da müssen Ich muss noch ein loswerden Dann Krieg ich es hin Aber Vorher ist es noch zu früh Ich nehme die Tür Verdammt Jetzt steht er zu weit vorne Ich merke gerade Die haben immer wieder neue Strategien Die sie verfolgen Ja Wie keine Habt ihr ein gutes Gefühl? Hm Wie komme ich denn jetzt an den ran? Das wird echt schwierig Ich bin an der Tür Hier ist nicht Beziehungsweise fast unmöglich Wie soll ich das denn anstellen? Hm Und die laufen natürlich Schönen Grüppchen Wie soll ich denn die Wie soll ich das denn anstellen? Oh mein Gott Ich gehöre dir Das kann man auch falsch verstehen Ja Gut Ähm Mist Gehen die da auch hin? Na, kommt mal hier rauf Tut dir mir den Gefallen oder nicht? Habt ihr ihn schon gefunden? Kommt schon Er lässt euch alle schlecht aussehen So Oder Ich mach einfach folgendes Mach einfach das hier Ich hab keine Angst Hier ist wieder Ich bleib Oh Halt bloß die Schnauze Geht mal näher an die Falle ran Da ist was ganz schönes für euch Verdammt Geht näher ran Jetzt Ja, dann hab ich ihr zwei Auch gut So Wir überwachen alle Punkte Uns kann nichts passieren Das weiß ich Links mal kriege ich dich Oh Mann, geh rauf Mann, Batman Du machst mich echt nervös Sei hier blind Seht auf den Boden Da unten ist was Und das gefällt mir nicht Naja Dein Pech Oh mein Gott Die haben ihn erst jetzt gesehen Och, er tut mir echt leid Was tust du? Ich brauch Hilfe Du bist jetzt allein Die Regeln haben sich geändert Und die Schön hast du mich umgebracht Super hast du das angestellt Und wir haben ein Na, na, na Ein Upgrade Geil Coole Sache Gut Was verbessern wir denn? Was können wir denn gebrauchen? Also das mit dem Sprengsätze Setz Das Explosiv-Gehel kann Ja, genau das wäre nämlich Ziemlich praktisch vorhin gewesen Ja, ich glaub ich mach das Das lohnt sich So Ich bin auch so ein ganz gerissener Ich brauch sowas Ähm Nein, wo ist die Karte? Ah, da ist sie doch Ich hab mich doch gedrückt Ähm Okay, ich muss voraus Okay Dann gehen wir mal War ein netter Besuch hier Ich will ihn tot Ich will nicht, dass er Wieder meine Wäldig verläuft Unglaublich, dass du die arme Reichenweine In ihren Garten gelassen hast Sie sah so traurig aus Oh nein Ich hab ihr ein wenig Titan gegeben Ich muss sagen, die Ergebnisse sind Etwas anderes Super, klasse Nicht gut Ich glaube, sie wird heiß Sie werden dich nicht umsonst Eigentlich vorliegen Ich hab mich noch eine Zehn Meter hohe Ja, kann sie doch Aber man bekommt nicht Irgendwanns Das ist nicht gut Und jetzt? Ich muss eindeutig zurück Ich muss zu Ivy Das geht gar nicht anders Super, jetzt muss ich mich Mit ihr und ihren schönen Pflanzen anlegen So, hier durch Saving Oder was auch immer Oh Achso, der Strom ist wieder an Ach schön Und rüber Yeah Coole Sache Ich zieh rein hier So Wo geht's denn jetzt lang Zu Ivy? Hm Ich hoffe, wir werden's Bald rausfinden Oh, ihr schönen Pilze Seht ja lecker aus Bin ich jetzt ernsthaft Auf dem richtigen Weg? Ja, ich Ja, ich mein Ich muss ja zu Ivy Und sie stoppen Was soll ich denn sonst machen? Gut Und jetzt? So Hier kann ich mich Geltest du dich der Herausforderung? Was für eine Herausforderung, bitte? Könntest du mich mal ein Momentchen in Ruhe lassen? Ich muss hier grad nachdenken Also Wie kommen wir hier durch? Schön Hier kann ich mich überall nicht Mit dem Haken festklammern Kann ich hier nicht rüber Geht doch Ja, da muss ich hin So Ich glaub, das war jetzt ein bisschen unnötig Aber was soll's So, äh Jetzt krieg's Jetzt hast du echte Probleme, Ivy Jetzt wird's nicht mehr so glimpflich ablaufen Wie vorhin Verdammt So einfach wird's dann wohl doch nicht Ähm Dann müssen wir wohl dorthin Verdammt Ich hasse Ich hasse sowas Wenn ein Plan nicht funktioniert Juhu Grab bis zur hinteren Wand Echt cooles Teil Ist bestimmt schon ein paar Mal erwähnt Aber das Teil ist echt cool Ab Emperor Non んだ I Ich 只